Das Wochenende ist vorbei und die Pause bei den Indizes beendet. Geht es jetzt wieder endlich nach oben und das mit Schmackes. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass es realistische Chancen gibt. Den Dow Jones bei 38.000, den DAX bei 18.000 und darüber hinaus. Also gute Aussichten. Doch vorher immer noch Pausenmodus. Wir hatten vor kurzem Pausenmodus und das sollten wir uns jetzt nochmal genau angucken. Was hat sich in den letzten Tagen ergeben? Was ist für den aktuellen Tag und vielleicht für die nächsten Tage da zu erwarten? Zunächst mal ein Blick auf den 5-Minuten-Chart. Einfach, dass wir es nochmal so ein bisschen im Hochauflösenden sehen. Die Abwärtsbewegung, die wir hier haben, sehr, sehr wackelig. Und der Grund, warum ich vom offenen Ende der Pause rede, das ist dieser Anstieg, den wir jetzt hier haben. 24. hier morgens 9 Uhr. Seitdem ist der Kurs tapfer nach oben gegangen. Interessant ist, wir haben hier vereinzelt Rücksetzer. Viele Rücksetzer, die meisten davon, zumindest mal in annäherungsweise ähnlicher Größe, sind mehr oder weniger überlappungsfrei. Das sehen wir gleich bei den anderen Indizes. Also man hat schon den Eindruck, das könnte doch jetzt eigentlich der neue Durchstarter sein. Und jetzt geht es dann endlich los hier nach oben. Vorsichtig, ganz so schnell wird da nicht geschossen an der Börse. Es ist im Moment ein Aufwärtsbild. Es gibt aktuell wenig Hinweise darauf, dass man jetzt massiv auf die Short-Seite wechseln soll. Ja, wie auch bei so einem Bild. Allerdings wäre mir jetzt lieb, und vielleicht deutet sich das hier jetzt im Laufe des Nachmittags an, es wäre mir irgendwann lieb, wenn der Kurs bei Zeiten, das muss jetzt nicht sofort von diesem Hoch ausgehen hier, aber eine Pause macht im kleineren. Also nicht im großen Bild unbedingt, aber hier im kleineren Bild und hier in die klassische Rücklaufzone hier eben reinläuft. Das könnte sein ungefähr 33.940, 33.860, irgendwie so in dieser Richtung und das möglichst pausenähnlich. Ihr könnt den Vergleich nochmal ziehen. Seht diese starke Bewegung und vergleicht sie mit dieser Bewegung. Die ist ganz schön hochgelaufen, das ist sicherlich in der Nähe der 78.6er Marke. Das Prinzip ist aber das gleiche, nämlich dass das die starke Richtung ist, das ganz klar die schwache. Und naja, gegen Ende ging es dann eben nochmal in die starke Richtung dann weiter. So ähnlich würde ich mir das hier wünschen, nur dass in dem Fall der starke Teil nach oben geht, das wackelige nach unten. Dann hätten wir nämlich einen Hinweis, okay, aufwärts ist jetzt stark hier wahr. Ihr erinnert euch, abwärts stark, aufwärts schwach und nochmal abwärts stark. Jetzt haben wir aufwärts stark. Was ich jetzt bräuchte, ist einmal abwärts schwach, damit wir dann beste Chancen haben, wenn wir dann einsteigen, hier auf der longen Seite. Wieder mit der starken Richtung unterwegs zu sein und dann eben entsprechende Fortsetzungen nach oben dann zu sehen. Also Wunsch wäre, das ist kein Versprechen, dass das passiert, aber für mich als aktiver Marktteilnehmer gilt der Blick genau dieser Situation. Jetzt im Moment mache ich nichts. Wenn er korrektiv hier reinläuft in meine Lieblingszone, das triggert, dann bin ich auf der longen Seite mit dabei. Ja, aber Rüdiger, was machst du denn, wenn der Kurs hier ist? Dann freue ich mich mit denen, die schon oder noch long sind in der Situation und warte drauf, dass später dieser Rücksetzer kommt. Denn klassisch ist, dass nach starken Bewegungen früher oder später so ein Rücksetzer eben kommt. Und der lässt sich dann eben entsprechend nutzen, um das fortzusetzen. Der Vorteil wäre, wenn der doch noch länger wird, hier der Anstieg, vielleicht über den Nachmittag ein bisschen, bis in die Abendstunden, dann müsste ja auch folgerichtig der hintere Teil dann entsprechend aussehen. Ja, aber wenn ich jetzt sowieso immer alles nach oben zeichne, wenn ich also vom Bullish ausgehe, warum denn jetzt schon long gehen? Naja, gut, das hat man hier an einigen Stellen gesehen. Hier hatten wir auch eine starke Aufwärtsbewegung. Starke Aufwärtsbewegung. Und wenn man dann sagt, ach komm, ich gehe hier einfach rein, wird schon nicht schief gehen. Es muss schon korrektiv und eben, wie gesagt, nicht zu tief runter gehen. Und dann hat man entsprechende Trigger. Hier hatten wir das nicht. Und wir sind Gottes froh, dass der Kurs eben uns nicht in diese Position hier reingebracht hat. Aber wenn es hier ebenfalls so aussieht und dann nach oben triggert, dann ist das eine gute Geschichte. Wenn der Kurs analog ein bisschen zu dem, was wir hier haben, ein wenig hier abwärts schießt wieder, so ähnlich wie wir das hier hatten, dann ist das eben keine Longposition. Da wir zum aktuellen Zeitpunkt ja diesen Teil noch nicht sehen, ist es aus meiner Sicht sinnvoll, dann zu sagen, dann warten wir halt noch, bis sich das rauskristallisiert. Im schlimmsten Fall verpassen wir eine Bewegung, die sich vielleicht noch fortsetzt. Verpassen ist aber normalerweise nicht so teuer, wie auf der falschen Seite mit dabei zu sein. Und deshalb suchen wir eben diese Situation und versuchen dann eben in diese Marktsituation reinzukommen. Also Ausprägung im Nahkampf hier im 5-Minuten-Chart durchaus bullisch. Brauchen aber jetzt eben das Korrektivmuster noch, um dann nach oben zu gehen. So und dann aber Richtung 38.000? Naja Richtung schon, aber von der Entfernung zweifle ich da noch ein bisschen dran. Denn nach wie vor ist dieser Rücksetzer eigentlich zu klein, den wir hier haben. Und wenn es so kleine Rücksetzer sind, dann bin ich, naja, finde ich das zumindest mal verdächtig, würde ich jetzt nicht hier auf der Stelle sagen, naja, wir laufen da massiv schon durch. Wir hatten das im übergeordneten Bild auch schon mehrmals angesprochen gehabt, nämlich die Situation, dass wir eigentlich jetzt mal so in der Pause durchaus auch mal im größeren Bild nochmal haben dürften. Das heißt nicht, dass es jetzt sofort unbedingt in die Pause geht. Ihr seht, hier hat er dann auch irgendwann angefangen einzudrehen, dann ging es noch ein bisschen weiter, trotzdem kam irgendwann eine Pause. In dieser Größenordnung würde ich die Pause jetzt nicht erwarten, aber zumindest mal irgendwie was, was irgendwie so ist oder so in der Richtung, eben nochmal eine Nummer größer. Damit ihr das besser erkennen könnt, gucken wir uns das hier im 4-Stunden-Chart an, machen es ein bisschen auf größer. Das heißt, unabhängig, auch wenn der Kurs jetzt nochmal nach oben kommt, ist es recht realistisch, dass wir im Anschluss, also diese Box, die kann ich auch ein bisschen verlängern oder ein bisschen verschieben, denn rückwirkend wird er wohl nicht mehr runterkommen. Sehe ich es sehr realistisch, nicht zwingend, fast nichts ist an der Börse zwingend, aber eben sehr typisch, sehr wahrscheinlich, dass der Markt dieses Verhaltensmuster hat. Charttechnische Profis würden sagen, naja, dann hatten wir vorne eine scharfe Korrektur, dann haben wir hinten eine sogenannte Seitwärtskorrektur. Wir wissen, seitwärtskorrekturen sind sowieso statistisch häufiger als scharfe Korrekturen, also die wäre jetzt eh dran an dieser Stelle. Ja, wäre ja schick, wenn er das dann machen würde. Aber ihr seht, das, was ich eben als bullisches Szenario, das bezog sich quasi auf dieses Ding jetzt hier, der Rücksetzer, den ich eingezeichnet habe und dann nochmal den Vortrieb. Und von mir aus geht dann der Vortrieb vielleicht sogar noch bis da oben drüber. Das wären alles keine bullischen Zeichen für jetzt in einem Rutsch auf 38 zwingend hoch. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass er vorher nochmal ein bisschen runterkommt, aber über das Runterkommen müssen wir jetzt noch nicht reden, denn das nächste Bild ist, solange das mit dem Korrektivmuster hier tatsächlich passiert, ja eher bullisch ausgeprägt. Also ihr seht, das ist ein ständiges Hin und Her zwischen Bären und Bullen, damit erzähle ich euch nichts Neues. Das haben wir hier zigmal gesehen, dass Bullen und Bären, Bullen und Bären sich immer wieder ablösen. Das ist ein bisschen was wie ein Tanz, zwei vor, ein zurück, so ungefähr. Manchmal ist es umgekehrt, da muss man mal eine Ausweichbewegung machen. Die älteren Generationen können noch tanzen vielleicht, da wissen die, was gemeint ist. Die Jüngeren, die hüpfen immer hoch und runter. Naja, das macht der Markt im Zweifelsfall auch. Und da kennen wir, was hoch geht, kommt auch nochmal wieder runter. Na gut, soweit die vermeintlichen Analogien zwischen Tanzbewegung und dem Markt, wollen wir es nicht übertreiben. Aber typisch wäre eben ein Rücksetzer ungefähr in diesem Bereich. Das Bild, was ich grob erwarten würde, wäre im Prinzip so eine 1, 2, 3, 4. Wie gesagt, eventuell mit dem Umweg 4 und anschließend dann die fünfte Welle. Geil, aber nach 5 kommt dann wiederum eine Korrektur. Und wer dann sagt, schon wieder Korrektur, ja, das ist halt so. Das war ja hier im großen, im Tageschart auch so. Dann ging es halt mal hoch, dann kam es wieder runter, dann ging es mal hoch, dann ging es mal runter. Mal gibt es größere, mal kleinere Korrekturen. Da gibt es gewisse Rhythmen, wie sich der Markt gerne bewegt. Und dementsprechend sind das so Orientierungshilfen. Ich werde häufig angesprochen, wie ist denn das? Seller may go away. Ist das jetzt ein echtes Thema? Naja, sagen wir es mal verkürzt so. Wir beachten es als eigenständigen Handelsansatz nicht. Aber es würde durchaus der Sache zu Pass kommen, dass es möglicherweise diese Pause, die wir jetzt hier angedeutet haben, über viele Wochen, wenn nicht sogar Monate, sich hinzieht, bis der Kurs dann irgendwann die neuen Hochsten wieder angeht. und dann Richtung 38.000er geht. Also ich gehe davon aus, dass das 38er-Szenario sehr, sehr realistisch ist. Nur unter der 22. März-Marke, da würde ich dann sagen, werdet vorsichtig. Aber im Moment sind wir weit weg davon. Es gibt also aktuell keine Unkenrufe. Alles, was ich jetzt über die Abwärtsseite sage, sind Päuschen, die ihr Intraday-Händler für einen Zwischenschort nutzen könnt, die ihr übergeordneten Händler halt aussitzen müsst und sagen, naja gut, muss ich drüber stehen. Oder eben sagen, ich schließe und gehe dann aktiv zum späteren Zeitpunkt wieder long, wenn es ein entsprechendes Signal gibt. Das hängt von eurem Aktivitätsgrad ab, den ihr da ranlegen wollt an den Chart. So, wie sieht es beim S&P aus? Naja, im Wesentlichen ist das nicht anders. Auch hier der 22. März, das Zwischenhoch. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob er jetzt auf dem ersten Rutsch da runter geht. Das sieht alles sehr korrektiv aus, diese Abwärtsbewegung. Ich gucke diese Abwärtsbewegung der letzten Tage. Das Hoch war 18. April. Das gucken wir mal im 5-Minuten-Chart an. Und dann seht ihr, diese gesamte Abwärtsbewegung hier, die ist sogar 19. April. Da müsst ihr noch ein paar Daten mehr reinladen. Aber ihr seht ja, das ist Wackelpudding runter hier. Das ist alles nicht so wirklich schön. Und jetzt haben wir endlich mal wieder einen schönen Anstieg. Bitte seid aber nicht übermütig, im Sinne von, es muss zwangsweise nach oben gehen. Allerdings, wenn er korrektiv hier geht, gilt hier genau das Gleiche. Messt vom tiefsten Punkt zum höchsten Punkt ungefähr die Mitte. Fibonacci, da habt ihr die blaue Kiste. Ich habe es so häufig jetzt erzählt, ihr sollt ja auch ein bisschen Spaß haben. Deshalb malt das mal selber in euren Chart rein. Dann habt ihr in etwa die Zielgröße einer möglichen Korrektur. Klettert er weiter. Dann müsst ihr halt von dort messen. Dann rutschen alle Marken ein klein bisschen nach oben. Die Korrektur dürfte aber trotzdem dann da irgendwo irgendwann mal reinfallen und böte dann entsprechende Trigger hier auf der Longseite, wenn er diese Zwischenhochs dann rausnimmt. Also, das Spiel ist mehr oder weniger das Gleiche. Auch hier seht ihr, dass die Aufwärtsbewegung, auch hier Korrekturen hat. Ganz klar korrektiv. Gegenbewegung, Gegenbewegung, Gegenbewegung. Hier das erste Mal, das ist eine Überschneidung, weil die waren alle überlappungsfrei. Der ist höher als der. Der ist höher als der. Der ist höher als der. Der ist erstmals tiefer. Jetzt kann man sagen, naja gut, der war ja auch ein bisschen größer als der. Vielleicht ist das ein anderer Wellengrad. Tatsächlich möglich. Der ist wieder nicht überschneidend. Also, ein bisschen ist der Verdacht da, dass wir hier irgendwie was Impulsives auf dem Weg nach oben haben und die Longseite vorläufig erstmal die Hauptrichtung ist. Wackelige Korrektive oder eben auch gerne dreiwellige Gegenbewegung, sobald sie dann eintreten. Das muss nicht jetzt sein. Bitte sagt jetzt nicht, ah, aber hier hast du sie eingezeichnet. Im Moment ist es halt der höchste Punkt. Wenn er höher klettert, das Schicke ist, das sehe ich im Nachhinein, aber ich muss ja das eh abwarten, bevor ich dann da den entsprechenden Trigger habe. Wer jetzt Long ist, der kann natürlich sagen, oh komm, ich ziehe doch den Stop einfach hinterher. Solange es klettert, ist doch super. Zum Beispiel Parabolic, wenn man jetzt Intraday, 5 Minuten Schad, Super Trend, sowas in der Richtung, dann kriegt ihr hier so rote Pünktchen und könnt sagen, solange es läuft, freue ich mich. Und wenn er dann umdreht, naja gut, habe ich meinen Spaß gehabt. Wenn ich ja irgendwo tiefer eingestiegen bin, kann man das machen. So, das ist natürlich jetzt erwartungsgemäß beim Nasdaq im Kleinen erstmal nicht groß anders. Ihr seht das hier im 5 Minuten Schad ebenfalls relativ stark nach oben. Hier ist es allerdings schon, da ist ein bisschen Überschneidung, hier ist ein bisschen Überschneidung. Jetzt macht er da diese Geschichte. Also, der Markt ist ein bisschen zerstreuter, was das angeht. Und die Chance und die Gefahr, dass wir vorher nochmal hier runtergehen, 12.900, 12.850, irgendwie was, Trendkanal mäßig, die sehe ich durchaus noch. Allerdings, nun sehen wir, dass die Abwärtsseite völlig drucklos erfolgt. Ich mache es dann nochmal groß, drucklos deshalb, weil ebenfalls mit vielen Korrekturüberschneidungen, und wir wissen, Überschneidungen sind Zeichen für Anstiege. Das heißt, grob gesehen ist das eigentlich eher ein schwaches Zeichen, weshalb ich die Long-Seite da ebenfalls ganz okay finde. Ähnlich wie bei den anderen könnt ihr im 5 Minuten Chart hier gucken, ob ihr dann entsprechende Einstiege findet. Ein anderer Versuch wäre vielleicht so das Zwischenhoch, was es gab am 20.16 Uhr, war das glaube ich genau. Hier, da könnte man sagen, komm, ich versuche das mal in der hoffnungsvollen Erwartung, dass es nach oben geht. Für mich ist das kein gutes, kein stark oder hinreichend starkes Signal. Dafür gefällt mir dieses Muster hier vorne nicht gut genug und das alles. Aber ich würde sagen, wenn er das durchstößt, sehen wir zumindest mal eine ganz gute Chance. Das ist beim Future, ich sage euch das mal an, ungefähr 13.200, bitte messt das auf das genannte Datum selber nochmal für eure Kontrakte. Aber das wird zumindest ein bisschen nochmal höher gehen, also vielleicht dann auch diese Marke nochmal überschreiten. Wundern würde mich das hier nicht, wie viel es darüber hinaus trägt. Das gucken wir dann mal. Da sprechen wir dann drüber, wenn es so weit ist. Ja, und der DAX? Der DAX sieht ja auch ebenfalls gut aus. Also da hat man ebenfalls kein schlechtes Gefühl. Aktuell, wenn ich hier mir das angucke, das war das Tief. Oh, komm, dann noch mal richtig hier. Also, Kurs kam hier von oben runter. Die jüngste Bewegung beim Index. Zack, dreiwellig runter. Zack, dreiwellig runter. Und jetzt hier hinten so ein bisschen wird es mühsamer. Aber das ist in Ordnung. Das könnte dafür sorgen, dass wir bald zu Ende sind. Es wäre ja eine erste hoch, die zweite runter, die dritte ganz steil hoch, die vierte wieder runter, die fünfte jetzt so ein bisschen endingmäßig. Viele kennen das Stichwort, wenn es da überschneidend ist. War es denn überschneidend? Ja, gerade so nicht dieser und dieser Rücksetzer. Ähnlich groß gerade nicht überschneidend. Dieser und dieser hier. Müssen wir mal gucken. Also, ich sage mal so, ein bisschen Resthoffnung ist noch. Aber ich würde sagen, das Ding geht dem Ende entgegen. Das heißt nicht, dass der Kurs jetzt wie ein Stein Kilometer nach unten fällt, sondern die Erwartungshaltung ist, wenn er korrektiv vom tiefsten Punkt hier, das ist der 21. April bis zum aktuellen oder dann später aktuellen hoch, dann hier in diese Kiste reinfällt. Dann haben wir eine hinreichend große Korrektur. Ist sie ebenfalls korrektiv, dreiwellig oder von mir aus mehrfach mit Überschneidung, wären das wunderschöne Long-Einstiege. Ihr seht also, das Bild ist aktuell nicht mega negativ drauf, sondern es macht eher einen Eindruck, als ob die Marktteilnehmer noch Lust auf mehr haben. Trotzdem, denkt dran, Pause müsste bald kommen. Die muss nicht so tief sein wie diese hier. Das Bild würde ich im Moment nicht als das vorzügliche Bild sehen. Aktuell sehe ich eher, dass wir irgendwie diese Bereiche nochmal bekommen, so ganz grob. Das würde ich für eher wahrscheinlich erachten, aber da schauen wir uns dann mal an, wie der Kurs das entsprechend macht. Da werden wir ein paar Mal noch drüber sprechen können, denn das wird sich über mehrere, viele Stunden, sprich mehrere Tage wahrscheinlich hinziehen und da werden wir noch Gelegenheit haben. Intraday allerdings, letzter Blick auf den Future. Denkt dran, das ist so die Endphase dieses Anstiegs. Hier, zack, wackelig runter, zack, Korrektiv, dreiwellig, A, B, C, runter und jetzt hier so das letzte Teilstück. Also auch hier würde ich jetzt sagen, denkt mal an eine Pause. Grobeschätzung, mal so völlig aus der Hüfte geschossen, 15.960, damit Zwischenhochs, Tiefs, Tiefs, das dürfte mit Fibonacci so einigermaßen mit unserer Lieblingskiste übereinstimmen. Da seht ihr, ich habe es jetzt oben nicht ganz genau getroffen, aber das passt. Also ich würde mal den Nagel in die Wand hauen, irgendwie so in dieser Ecke. Da können wir davon ausgehen, 15.970, ein bisschen drunter, 60 vielleicht, irgendwie sowas in der Richtung. Das wären vorläufige Ziele. Nicht jetzt zwangsweise zum Shorten. Für einen Short, achtet drauf, Schub runter, wackelig hoch, dann könnt ihr shorten. Wenn ihr hier hinkommt, könnt ihr gucken, ob der Kurs da den Dreh hinkriegt und dann wären eventuell wieder Longs attraktiv, insbesondere wenn die Bewegungen nicht so, sondern korrektiv dahin gelaufen sind und sind auch die Zwischenhochs gegebenenfalls wieder Trigger für die Long-Seite. So, ich hoffe, dass ihr damit ein bisschen ein paar Ideen habt, wie ihr den Wochenstart gestalten könnt oder wie ihr eure eigenen Positionen entsprechend bewegt. Euch alles Gute, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.